Hallo, grüße euch. Die Woche haben wir in Köln nur einen Starter, das ist Laudano. Laudano läuft im Gelling-Pfeiß am Sonntag über 2400 Meter. In der Klasse das allererste Mal über diese Distanz. Es ist für ihn die unterste Distanzgrenze, aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen mit ihm. Es ist der Aufgelock für dieses Jahr. Wir haben andere Ziele mit ihm und deswegen haben wir uns entschlossen, den Gelling-Preis anzufangen. Wir haben ja immer etwas kürzer angefangen und haben uns in dem Laufe des Jahres gesteigert. Aber ich sehe überhaupt gar keine Probleme wegen der etwas kürzeren Distanz. Laudano ist gut auf dem Posten, er hat sich über Winter sehr gut erholt vom letzten Jahr, ist bestens auf dem Posten. Ich denke, er wird sich von einer guten Seite präsentieren. Gut interessiert.